Die nachfolgende Sendung ist nicht die nachfolgende Sendung. Guten Morgen. Bei Sascha könnte das Video nicht länger sein, bei Inscope könnte das Video nicht kürzer sein. So ein Ding ist das nämlich. Guten Mittag oder auch guten Abend, ihr Schlabiner. Ich weiß nicht so recht, wo ich gerade anfangen soll. Das Video heute ist für mich ziemlich belastend. Soll ich mal kurz, noch mal kurz. Ich muss mir regelmäßig Content reinziehen und hart arbeiten, wie zum Beispiel TikTok-Clips reinziehen, Twitch-Clips reinziehen und auch YouTube-Videos reinziehen. Das kenne ich, ja. Das ist wirklich harte Arbeit. Heute war es wieder soweit. Ich musste mir YouTube-Videos angucken. Vielleicht kennt von euch noch der ein oder andere den Kanal mit dem Namen KS-Freak. Ami, das ist ein fucking Ernst, Digga! Was? Darf ich jetzt auspacken? Ja! Dann kam eine Phase, wo er sich gedacht hat, oh nee, Digga, Stier, das ist nicht, was ich machen will. Ich will gern Musiker werden. Was uns da von KS ins Gehör reingezwirbelt wurde, muss ich wirklich sagen, war so ein Beschissen. Ich hätte es dir brauchen gehen, halt. Du weißt jetzt selber, dass wir ein Fähre-Schenkel nochmal haben. Ihr habt's ab tausendmal geschrieben. Spaß. Die Lieder von KS waren wirklich mittelmäßig. Irgendwann kam er zur Besinnung. Ich möchte mich auf das zurückberufen, was ich wirklich kann, was ich wirklich bin. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was finde ich. Musikalisch hat er sich aber echt gesteigert, nach und nach. Reflektierte Content, zumindest von dem, was ich gehört habe. Content von unserem Marcel hier rausgehauen wurde. Nicht, dass noch der Sattel verschwindet. Ah! Das ist der beste Content, den ich je immer eins gesehen habe. Und es gab eine Sache, die konnte KS einfach schon immer, Leute. Und das ist ein Joke, in eine Situation zu reißen, wo es einfach richtig ist. Findet es Lisa nicht schlimm, dass du am anderen passieren durft? Da würde never ever was sein, liebe Leute. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden, oder? Ah! Spaß, Ladies! Pack am Hand, ob ich mein Auto in ihrer Garage parken darf. Naja, wenn du einen Parkplatz findest, da stehen schon drei Autos. Die nächsten Videos müssen ja ganz übel werden. Shirin, Dave. David hat sich dafür aktiviert. Und Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Die ist hergegangen, ja? Und hat für ein Event, das heißt einfach mal Fridays for View. Hat ihr einfach gesagt, Leute, wisst ihr was? Ich scheiß drum. Ich gebe meinen S-Waggon ab. Fridays for Future-Veranstaltung. Und ich habe vor kurzem mein AMG abgegeben. Weil die sich für die Umwelt einsetzt. Und das ist doch so geil. Jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, Leute, wie bewegt die sich fort, wenn die fliegt? Weil ich jetzt dachte, ich steige hier unfassbar aus diesen wunderschönen Flugzeugen. Ja, natürlich, Leute. Die fliegt privat. Ihr versteht es nicht, Leute. Privat zu fliegen ist übertrieben umweltseffizient. Ab sofort, Leute, sollte jeder von euch sich überlegen, ob er nicht doch lieber privat fliegt. Ich wünsche Shirin alles, alles Gute mit ihrem Produkt, das sie da jetzt rausbringt. Das wird nämlich einen Eistee. Shirin, ich bin gespannt, wie der wird. Ich hoffe, es gibt auch eine zuckerfreie Variante. Wie das riecht. Was das Thema Umwelt angeht, bleibe ich meinungstechnisch allerdings trotzdem auf einer Wellenlänge mit Ali Boumaye. Was hast du heute für einen Klimaschutz gemacht? Gar nichts. Was soll ich dann dagegen machen? Ganz genau. So sehe ich es nämlich auch. Es gibt nicht zu viel, es gibt nur zu wenig. Es gibt Formate auf YouTube, die sind unnötig. Es gibt Formate auf YouTube und es gibt Revinstagram. Steinschere Papier. Steinschere Papier. Steinschere Papier. Wann hast du es letztes Mal gekannt? Deinschere Papier. Deinschere Papier. In der letzten Episode waren es leider nicht genug Bewertungen, dass ich eine dreiwöchige Pause mache. Ihr seid wirklich beschissen, wenn es um das Thema Daumen nach oben geben geht. Wenn ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht ihr alles richtig. In diesem Sinne, verpe- Gott sei Dank vorbei, Digga. Besser ist das. Nein. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Monte hatte ja eine richtige Kooperation mit Monte. Heute ist wieder soweit. Ah, scheiße, ich bin verpissbar. Heute kommt endlich mal wieder eine Folge Instagram-Rapper. Halt einfach dein Maul. Halt's Maul. Das heißt, auch heute schauen wir wieder nach, was unsere Nachwuchstalente in Deutschland so zu bieten haben. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Talent. Let's go. Bruder, nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe da auch ein bisschen Potenzial. Was mir besser gefallen hat, der Einstieg, wie er reingekippt hat und aus dem Haus kam. Oder der Versprecher. Wenn mir jemand bei der Entscheidung nur helfen könnte. Nein. Nein. Danke schön. Tell me you play Warzone without telling me you play Warzone. I'll go first. Got him? Junge, was ein Ehrenmann. Luca? Und heute geführt der Applaus nur Luca. Wirklich nach all den Monaten. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Wo die Leute mir geschrieben haben, bitte für Luca endlich mal eine Gehaltserhöhung. Ist es heute soweit, Luca? Danke für den aggressiven Rapper, den du da mitgesendet hast. Was kommt als nächstes? Noch ein Tinder-Profil? Oh. Okay. Bobi G. Let's go. Oh. Yeah. Es ist Bobi G. Doch ein G war ich nie. Siebte Matt Monk. N-A-G. T-A-C-Pist-Test. Positiv. G- Bruder, was stoßen? Bruder, Outfit angelehnt an Ali G. G- Ich glaube, das ist das heftigste Outfit, was ich jemals gesehen habe. Hahaha. Was? Das, was ich rap, ist geil. Dein Rap hat er nur peinlich, ey. Für dich hab ich keine Zeit. I can hit them, folks. I can hit the row. Flexila ist da. Ja, ich bin on the road. Ey, mein Rap ist hot. Und dein Rap ist cold. Fick dein Life-Site, Bruder. I do what I love. Was soll man dazu sagen? Da ich zu so einem Rap nichts sagen kann, hab ich heute extra einen Spezialisten. Stopp, 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 stopp. Ich hab heute nicht nur einen Spezialisten dabei, es waren auch gleich zwei Spezialisten. Geladen, der die Jungs besser bewerten kann. Ey, Digga, das war auf jeden Fall ziemlich fresh. Aber vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr Autotunen und ein bisschen mehr so über Schniedel rappen oder so. Yeah. Deutschrap ist fresher denn je. Es ist Raffi, der an jeder Möse war. In jeder sogar, der von deiner Blöden war. Kleine Scheiße, mein, wir leiden unter Größenwahn. In 100 Jahren sagen sie's, dass wir die Größten waren. Der, so wie der aussieht, war er nicht mal in seiner eigenen Mamas Muschi. Der kam aus dem Reagenzglas, Bruder. Da muss ich aber los. Ich komme aus der Scheiße wie ne Arschgeburt und häng jetzt an deiner Mama wie ne Nabelschnur. Jungs, chillige Lines. Ich weiß nicht warum, aber der Rechte am Anfang, ab Sekunde 1, bitte schreibt mich nicht an, falls ihr nicht derselben Meinung seid. Dankeschön. Hat mich ein bisschen an Marcel damals bei der Ausbildung erinnert. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Kuss und Gruß geht auch nochmal raus an Danny und Papa Platte. Jungs, ihr seid die Besten. Danny hat ein nice Cock, er ist riesig groß. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal unsympathischTV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Was ist das? Na, na, ey. Ah ja, warum schaut ihr da in seinen Verlauf rein, Bruder? Das war ja nicht so smart. Das war ja nicht so smart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. zeros. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.